Als ich hierher zum Seminar gekommen bin, glaubte ich, ich lerne hier hypnotisieren. Super! Ich war immer der Meinung, dass ich mein Leben recht gut in den Griff bekommen habe, gut daran gearbeitet habe und musste feststellen, durch die Hypnosen, die wir hier selber durchgeführt haben, es ist immer mehr an die Oberfläche gekommen, was da lag und nicht verarbeitet war. Es hat viele kleine Highlights gegeben, wir haben uns gegenseitig geholfen, bis ich an einen Punkt angelangt kam, wo ich wirklich eine Sitzung brauchte. Ich habe die ganz tolle Hilfe von Ruth bekommen, die mich gefragt hat, möchtest du dich hypnotisieren lassen? Möchtest du an dieses Problem herangehen? Nun muss ich dazu sagen, ich habe ihr es nicht einfach gemacht. Ich bin nämlich ein Kontrollmensch. Bis zu einer bestimmten Zeit, okay, oh jetzt geht es ans Angemachte. Sie hat es super toll hinbekommen. Sie hat es geschafft, den Verstand auszuschalten und ist mit mir ganz, ganz weit in meine Vergangenheit hineingegangen. Hat Probleme aufgedeckt, mit mir verarbeitet und ich fühle mich super leicht. Tja, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken erstmal. Ich bin jetzt sprachlos. Ja, und ich bin auch total gerührt. Ja, ich finde es toll, dass ich das in dieser kurzen Zeit lernen kann und ich weiß, das ist auch meine Motivation, diesen Unterschied von vorher zu nachher zu sehen. Dieses Strahlen in ein Gesicht oder in die Augen zu zaubern, das ist meine Motivation und ich weiß, es wird auch meine Motivation bleiben für die nächste Zeit. Und wir bedanken uns beide, Brian Norbert, der uns diese Chance gegeben hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.